So, wir werden das Ganze jetzt einmal auf einen Punkt bringen, der nicht diskutierbar ist. Ich betone immer wieder, das, was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher. Und jeder 13-Jährige, meine Symbolik, die 13, meine ich, du brauchst kein intellektuelles Wissen, um mir jetzt geistig folgen zu können. Und du brauchst auch kein intellektuelles Wissen. Und wohlgemerkt, du Geist, ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, mit dem Bewusstsein, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du träumst jetzt in einem gewissen Maß, dass du jetzt vom Computer sitzt und dir dieses Video anhörst. Und alles, was du hörst, wenn du träumst, kommt aus dir selbst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich wiederhole nochmal, in deiner Logik, was bedeutet träumen? Träumen heißt, dass du ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf hast. Wohlgemerkt, den Kopf, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Affenkörperkopf denkst, der existiert in deinem Traum nicht. Weil dann müsstest du im Traum träumen, dass du dort liegst und schläfst und träumst. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Wenn du ganz tief und fest träumst, empfindest du dich ganz normal als Mensch in einer Welt, die dich zu umgeben scheint. Und alle Bilder, dieser ständige Wechsel, jetzt sage ich gleich nochmal, nimm das Ganze wie 200 Gramm rote Gnete. Das ist die Energie, E-Quadrat, die ständig in eine andere Form von Energie umgehandelt wird. Ich will dir damit nur sagen, dass du von mir niemals hören wirst, dass egal, was einer behauptet, dass der nicht recht hat. Und als allererstes, du lebst jetzt in der Endzeit. Diese biblische Endzeit von Sodom und Gomorra, und ich biete dir jetzt die Möglichkeit, dass du Sodom und Gomorra verlässt. Ich werde dich aber dazu nicht zwingen. Ich betone, das ist Symbolik, wir machen wirkliche Physik, das in keinster Weise im Widerspruch zu dem steht, was in deinen Physikbüchern drinsteht. Die große Schwierigkeit ist, du willst nicht wach werden. Weil ganz tief in dir noch der Glaube ist, dass die Menschen und die Welt, die du dir ausdenkst, unabhängig von dir da außen existiert. In dem Moment, wo du wach wirst, fällt deine Traumwelt in sich, genau genommen in dir selbst, wieder zusammen in den Punkt, wo sie herkommt. Das ist auch die Geschichte vom Kalvinismus, wo wir so oft darauf eingegangen sind, wo hier ganz einfach gelehrt wird, dass das, was Menschen tun, ob das gute Menschen sind oder ob das böse Menschen sind, entscheidet nicht, ob sie ins Himmelreich kommen oder in die Hölle. Nach ihrem Ableben. Das ist ja das Problem, dass man das Ziel widersetzt in eine Einseitigkeit. Immer daran denken, das ist der Himmel und das ist die Hölle. Die wollen alle in den Himmel und dadurch entheiligen sie sich. Keiner will in diesem absoluten Mittel, wo alles entspricht. Das ist eine ganz einfache Symbolik. Wir schauen uns jetzt erst einmal einen kleinen Eintrag an, den setzen wir dann in dieses Update dazu und dann mache ich Erklärungen, die du sofort nachvollziehen kannst. Zum Beispiel lösen wir jetzt einmal das große Problem, wieso habe ich eine so eine felsenfeste Überzeugung, dass das, was ich glaube, stimmt. Und dann tauchen plötzlich welche in mir auf, die das Gegenteil behaupten. Man ist fassungslos im Angesicht, dass man das überhaupt glauben kann. Ich gehe mal davon aus, schönes aktuelles Reizthema Corona, Impfung. Bist du ein Impfbefürworter oder bist du ein Impfgegner? Und in den ganzen Selbstgesprächen, in den vorhergehenden, jetzt ausgedachten Selbstgesprächen, die du dir immer nur jetzt anhören kannst, ist das eine ganz, ganz große Symbolik, wo ich ganz definitiv sage, Impfbefürworter lassen sich impfen, weil sie eine panische Angst vor dem Virus haben. Dass ja nichts an ihren heiligen Affenkörper hinkommt. Und die Gegner lassen sich nicht impfen, weil sie eine panische Angst vor dem Impfstoff haben. Es ist nur ein Spiel. Und jetzt die Logik, die in dir arbeitet. Und jetzt setze ich den träumenden Geist als einen Computer. Das habe ich tausendefach erklärt. Und du hast dir eingestehen müssen, selbst wenn du jetzt Hugo Feeling länger schon studierst, studierst, dass dieses Ego, diese Angst um den Körper so unendlich groß ist. Ich sage immer, wieder besseren Wissens. Lass dich doch einfach mal auf die Gedankengänge ein, dass du dir bewusst machst, was jetzt da ist. Und das ist die erste große Erkenntnis, solange du nicht erkennst, dass egal welche Information du Geist jetzt in dir selbst anschaust, eine Information in dir selbst anschaust, die aus dir selbst kommt. Gleichzeitig habe ich dich jetzt symbolisch als einen träumenden Geist setze oder einen Computer setze, der ja alles aus seiner Arbeit speichert, beziehungsweise von seiner Festplatte geht. Das, was auftaucht, ist immer nur jetzt. Das ist ein ständiges, unformende Information. Und du musst dir jetzt, wenn du konfrontiert hast mit verschiedenen Meinungen, mit Diskussionen, ich sage mit Perspektiven, das ist eigentlich erst das ein Beispiel. Oder mein Wohnungsbeispiel. Ist eine Wohnung jetzt im Wohnzimmer, Schlafzimmer? Es ist vollkommen geistlose Kategorie 1 Frage und 2 Frage. Blau, da bin ich darauf eingegangen. Die Antworten sind immer trügerisch, weil du immer eine einseitige Antwort haben wirst. Es dürfte dir doch einleuchten, wenn ich jetzt dich frage, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Dass das eine total dumme, geistlose Frage ist. Das ist aber die Frage, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht impfen lassen? Impfen ist die Welle im, das ist das Meer, im PF, Wissen wird zu einer Facette. Das ist jetzt die wahrgenommene Existenz, das soll sie einmachen. Du siehst den Henkel rechts oder du siehst den Henkel links, aber die Frage stellt sich doch nicht, wenn dich die Tasse interessiert. Ist der Henkel rechts oder ist er links? Die vorhergehenden 32 Perspektiven, die haben wir in einem vorhergehenden Selbstgespräch nochmal deine Diana genau ausgelegt. Ich sage jetzt mal extra, denk mal an jemanden, der das geschrieben hat, aber du denkst es dir aus. Das ist jetzt die erste große Erkenntnis, dass egal an was du denkst, es entsteht hier und jetzt die Maßsetzung deiner Logik, deines Programms, deines Intellects, die du zum Denken benutzt in deinem Kopf. Und jetzt machen wir mal endlich Schluss, wenn ich sage, schau ganz tief in dich rein und sei selbstehrlich, mach dir bewusst, was du glaubst und warum du das machst, was du magst. Ob du ein Politiker bist, ob du ein Arzt bist, egal welche Rolle du spielst, ob du ein Supermarktkassenverkäuferin bist, warum magst du das, was du magst? Ein Automechaniker bist, warum tust du das? Weil es dir eine tiefe Überzeugung ist, eine Passion ist im positiven Sinne oder weil du das das dann mal magst, weil du Geld verdienen wirst, um zu überleben. Vielleicht wirst du auch erkennen, dass die Hauptkriminalität ist, dass du an die Macht wirst, dass du meinst, du könntest die Welt nicht bessern als jetzt die Politiker, die du dir ausdienst. Das sind Volkposten, geistlose Volkposten. Wenn du jetzt schon siehst, wenn Demokratie, ich bin, du wurde extrem, wenn ich jetzt 20, 25 Jahre zurückkletterte, das erste, ich bin, du wurde extrem kritisiert, weil das angeblich demokratiefeindlich ist. Wo die Demokratie hinführt, das siehst du jetzt in der Schweiz. Das ist Österreich. Das ist eine Masse von Zombies, die uns in den Haus denken, die eine panische Angst haben, dass sie ihren Körper verlieren könnten und Heil Hitler schreien, was die Regierung ihnen vorsetzt. Das wiederholt sich nur die Geschichte. Da läuft übrigens das Verkehr und ich bedofe jetzt gleich, du sollst dir bewusst machen, was jetzt da ist, wie du auf Bilder reagierst und dann wirst du feststellen, dass egal, was du dir jetzt denkst, Verschwörungstheorien, Faschisten, Farma-Industrie, Bill Gates, es sind Gedanken, wie du es schaffst, und ich würde deshalb hinweisen, weil du sie genauso sind, wie du sie denkst. Genau. Kategorie 3 Frage, warum ist das jetzt da, was ich jetzt erlebe? Im Moment, weil ich das denke, weil ich es anschaue. Räumender Geist. Warum ist das jetzt genau so, wie ich das denke? Warum denke ich das jetzt? Weil mein Programm, das ich zu durchschauen habe, mir das vorschreibt. Warum ist jetzt das Bild auf dem Computer? Weil im Hintergrund, im Arbeitsspeicher ganz, wenn du einen Film anschaust, da ganz klar der Datei ist, wo alles gleichzeitig ist. Das ist unser 1,88. Ich werde dann auch sehr physikalisch. Und jetzt kommt die große Erkenntnis, ich bringe jetzt mal zwei Beispiele. Wir, wir bin ich und du, JCH, ECH. Also wohlgemerkt, ich spreche jetzt nur mit dem Geist, es wird der Redo nicht verstehen und der, unter dem du dir jetzt ausdenkst, sind Gedanken, die sind jetzt, weil du sie denkst, das sind Pixelmännchen und du kannst jetzt in Redo nach Zürich denken und in Udo nach Weißenburg denken. Zurich ist ein zu form gewordenes Ich. Unter Udo in Weißenburg ist es Weiß. Aber rot gelesen. Dieses Ich weiß, blau gelesen, führt dich in die Irre. Das rote Vibe von Weißenburg, das führt dich in die absolute Einheit. So, wir denken uns jetzt zwei aus, die skypen miteinander. Und der eine behauptet in dem Skype-Gespräch, jetzt regnet es außen. Und der andere sagt, nee, jetzt ist die Sonne. Ich mag es noch krasser. Die skypen miteinander, einer sagt, das ist stockfinstere Nacht und der andere behauptet, das ist dort hell. Jetzt machen wir den Hintergrund. Der eine sitzt in Zürich und der andere sitzt in Tokio. Dann ist das eigentlich vom Tisch, unser Erdkugelbeispiel, hell, dunkel, regnen Sonnenschein. Genau. Und jetzt fangen die zum Streiten an. Wer recht hat, weil der eine felsenfest sagt, jetzt ist es finster und der andere sagt, jetzt ist es hell. Du musst wissen, wenn du eine Logik hast, baust du ein Bild auf und alle Figuren in deinem Traum sind zuerst einmal so, wie du sie träumst. Und ich müsste jetzt sehr weit führen. Bisher hattest du überhaupt keinen Einfluss drauf. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich sage, alles, was du glaubst, kannst du auch überprüfen, realisieren. Das heißt, du kannst es auf deine VR-Brille holen. Es wird natürlich dann wie in einem Videospiel, zum Beispiel jetzt, wenn du glaubst, dass die Krankenhäuser voll sind, dann kannst du das überprüfen, dann werden volle Krankenhäuser in dir auftauchen. Und wenn du jetzt sagst, die sind leer, da ist nichts los, aber das ist alles Betrug, das ist die andere Seite, da sind zwar welche drin, aber Corona ist nicht die Ursache, dass sie eingeliefert wurden, dann wirst du das sehen. Das mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich lockere jetzt das und jetzt passiert dasselbe wie in einem Quantencomputer, da will ich jetzt aber nicht so weit ausholen, da wirst du feststellen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit 60, 63, 60, ich sage mal 70, 30 ist. Das heißt, dass du das, das du zu sehen bekommst, was du dann auch tief im Inneren glaubst, liegt dann nur noch bei 70 Prozent. Es ist durchaus möglich, dass du auch was anders siehst. das bestimmst aber du, ob du zuerst einmal die Möglichkeit der anderen Seite überhaupt akzeptierst. Bis dato ist es so, dass das, was du hundertprozentig sicher glaubst, wirst du auch materialisieren. Bis zu deiner eigenen Auflösung, zu deinem Tod in der Zukunft, der nie in der Zukunft passieren wird. Das löst jetzt nämlich auch die Sache, wie so dir dein jetziger Glaube, gleichgültig, ob du ein Corona-Befürworter bist oder ein Corona-Leugner, ich sage mal Impfbefürworter, Corona leugnet ja als Ding an sich keiner. Ob du ein Impfbefürworter bist oder ein Impfgegner bist, wenn du jetzt die Logik eines Impfgegnern hast und du bist zuerst einmal ein stochastisches Trüffelstein, das stochastische Denken nochmal, wenn du dich informierst, Formen in dir aufbaust, holst du zuerst einmal aus der Quelle, immer aus dem Internet. Jetzt ist aber schon, dass du stochastisch zuckst, zielgerichtet zuckst. Das heißt, willst du was glauben, was du ganz massiv von mir Seiten eingespielt bekommen, die dich immer mehr in deinem trügerischen Glauben bestätigen? Willst du etwas nicht glauben und du suchst nach Fehlern, spiele ich dir immer mehr Seiten ein, die dir die Bestätigung geben, dass das nicht stimmt. Du hast als Träume in der Geiste, das ist meine Führerschein- Prüfungsbogentraum, dass du irgendwann einmal ganz, ganz bewusst dir bewusst machst und das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun. Was ist jetzt eigentlich da? Du musst feststellen, wenn du etwas siehst, ist es eine momentane, momentane Information. Die kommt aus dir selbst und die wird aufgebaut durch deinen Glauben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Impfgegner bin, ich kann dir jetzt dann in weite Seiten einspielen lassen, wo du entsetzt bist, wo man fragt, kriegen die das nicht mit? Und mir fällt jetzt Axel Burkhardt, dieser offene Brief für die bayerische Staatsregierung, diese ganzen Argumente, diese Pharma-Referentin hier, wo du aus der Schweiz reingestellt hast, was das für ein Lügelsystem ist. Und wenn du das einmal installiert hast, ist es wie ein gewisses Betriebssystem, wo ich immer wieder sage, oder irgendeine Programmstruktur, wo mit einer anderen Struktur mit der Gegenüberliegenden nicht kompatibel ist. Dann fragst du dich, die kriegen die das nicht mit? Ich bleibe jetzt bei den Impfgegnern, die sagen, kriege ich den definitiv nicht mit. Wie kann man die Impfgeimpften nicht haben? Die, die da krank sind, wie kann man die zum Zünderbock stempeln? Und was hier der eindeutige Beweis ist, mittlerweile sind wesentlich mehr Ungeimpfte in Krankenhäusern, ich kann jetzt nur in meiner Welt reden, ich kann immer wieder nur sagen, in meiner Welt, meine Frau arbeitet im Krankenhaus, es ist alles ein Witz. Es ist alles ein Witz. Es ist, weil man nicht unterscheidet, wenn einer eingeliefert wird, Corona-positiv heißt noch lange nicht, dass die wegsterben sind, die Alten. Schau mal, die zahlen von in der Schweiz, wo es jetzt gestorben ist. 85 bis 89, das Durchschnittsalter in der Schweiz war 84 Jahre, es ist ein ganz normaler Vorgang, jetzt chronologisch, normal trocken, ausnahmsmäßig gedacht. Die werden so und so gestaut, dass die jetzt den Virus hatten, aber das Thema haben wir tausendfach durchgekaut. Ich bin jetzt absolut einseitig. Das macht mich fassungslos, dass das keiner akzeptieren will. Und die Masse, wenn ich jetzt zum Beispiel lesen tue in der Zeitung, ich mache dann einige Springe, wenn ich jetzt lesen tue in der Zeitung, dass 8 von 10 Deutsche absolut dafür sind, dass endlich die zwanghafte Impfpflicht eingeführt wird, dann macht dann das fassungslos. In der Schweiz wurde das ja jetzt gedacht, gestern beschlossen. Das sind die Zombies, das ist die große Masse, die sich an den Massenmedien orientiert. Es war noch nie anders, seit es Medien gibt und es wird bis in die Ewigkeit auf dieser Führerscheinprüfungspokenebene auch nicht anders sein. Das heißt, du sagst, der Henkel ist rechts und plötzlich behauptet dann, der Henkel ist links. Und jetzt kommt es mit Holofeeling, ich betone immer, dass jeder, egal was er glaubt, hundertprozentig recht hat. Wenn du, jetzt aus welchem Grund auch immer, das andere Programm hättest, zu durchschauen, dann würde dich das fassungslos machen, wenn eine dir erzählen, dass diese schreckliche Krankheit, dass man sich nicht impfen lässt, dass das nichts ausmacht, dass da nichts ist. Das ist nichts. Es ist eigentlich immer nur das, was du jetzt denkst. Du bringst das erste und das zweite Gebot. Ich habe gesagt, du wirst auf die Knie singen, wenn du einmal begreifst, wie wertvoll diese Gesetze sind. Was die Kölken draus machen, jetzt mache ich wieder raumzeitliche Brüsselgeschichte, ich schaue mit meiner Frau Fernsehen, ich habe jetzt extra Internetseite hergesucht, das war in irgendeinem Bericht, ein Bischof, der sich hinstellt und sagt, er will als Vorbild vorangehen für seine Gemeinde, für seinen Schäfchen und er lässt sich impfen. Dann ist ein Auszug von einem Pfarrer in der Kirche, der sagt, ich predige zur Zeit, verdammt nochmal, geht zum Impfen. Wenn ihr euch den Virus einpfangt, schert sich Gott ein Dreck drum, wie es euch geht, dann seid ihr selber schuld. Gott wird euch dann nicht helfen, sondern die Impfung. Die Marion hat gesagt, zack bitte weg, ich kann es nicht mehr sagen. Da muss man nicht religiös sein, das ist ja so ein Widerspruch und das schauen wir uns jetzt mal an. Das heißt also, was mir wichtig ist, ich betone immer wieder, wenn du jetzt als träumender Geist, musst du dir zuerst bewusst machen, mit welcher Einseitigkeit, mit welcher Unvollkommenheit du sympathisierst, mitleidest, an welcher Unvollkommenheit du mitleidest. Mit deiner klassischen Moral kommst du da nicht weiter. Da außen ist jetzt um dich herum Sodom und Gomorra und die Wann mit Feuer vernichtet werden. Das ist aber nicht, dass ich was vernichte, weil es werden ja nur Gedanken vernichtet, die du denkst. Die Welt, Erbkugel, das ist auch der ganze Umweltschutz. Wie oft habe ich erzählt, der Sprung vom Glauben, Kollektivglauben von einer Scheibe auf eine Erbkugel. Das ist einfach ein Wechsel des Grundglaubensprogramms. Das ist die große Erkenntnis, dann war ja die Welt noch nie eine Scheibe. Die war ja schon immer eine Kugel. Die Welt war auch noch nie eine Kugel. Die war schon immer bestehend aus ständig wechselnden Informationen eines träumenden Geistes. Und dieser träumende Geist, dieser Denker, ist Gott für das, was er sich ausdenkt. Du schöpfst es aus dir heraus. Darum richtet sich meine Botschaft auch nur an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt und nicht an irgendwelche ausgedachte Menschen, die du dir ausdenkst. Die sind nämlich schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du nicht in der Lage bist, das als 100% sicher anzusehen, dann bist du kein Geist. Ja, nicht so. Dann bist du jetzt nur ein Gedanke, den ich mir denke, wo ich erkenne, dieser Gedanke ist sowieso kein Geist. Selbst ein ausgedachter Geist und ein ausgedachter Gott ist kein Geist. Weil das ist eine momentane Information von mir, die mit den nächsten Gedanken wieder ausgetauscht wird. Das ist jetzt ein Riesenunterschied, ob du das begriffen hast oder ob du es verstanden hast. Ich sage mal, das begreifen, bist du noch im Reifen. Denklich frisst das mulkiert. Nur ein Hauch von Zweifel hätte ich auf diese Ebene bis in alle Ewigkeit fest. So, und jetzt mache ich einmal schnell den Bittschirm übertragen. Dann springen wir jetzt als erstes, schauen wir uns den Pfarrer nochmal an, weil ich den hatte. Das ist unser letztes Selbstgespräch. Dann jetzt die Kirche. Schau. Aktuelles Demenzseite, die Kirche während der Corona-Kriege. Katholisch.de. Katholikos. Die offizielle, die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden. Offiziell als hinterlich sein. Gottesdienste werden abgesagt, Gotteshäuser geschlossen. Das ist alles noch gut und wir schauen nochmal runter, was da jetzt steht. Querdenker kann unsere Hosanna nicht gelten. Bischof Fürst, Ungeimpfte, rauben Kindern eine unbeschwerte Kindheit. Schärfste Kritik an Impferweigerern übt jetzt der Rottenburger Bischof Gebhardt Fürst. Die unvernünftigen und uneinsichtigen rauben den Kindern eine unbeschwerte Kindheit. Das große Problem, ihr habt keine Ahnung vom ersten Gebot. Ein Kind, wenn es erwachsen wird, gibt es das Kind nicht mehr. Und du bist jetzt ein Kind, das ist unser Buch, alle Lebenszeiten sind gleichzeitig da. Der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird. Kinder haben keine Zukunft, die Zukunft erlebt der Geist, was auf ihn zukommt, kommt aber hier und jetzt auf ihn zu. Und wenn du ein Kreis geworden bist, dann erkennst du, dass du schon immer ein G-Reihe ist, ein geistiger Kopf des Schöpfer, ein geistiges Spiegelbewusstsein warst. Genau. Nomen ist Omen. Das hat mit Kirche nichts zu tun, gleichgültig, aber das ist die katholische, die Zeugen Jehovas, es sind alles nur Schwätzer. Ich mag es einmal ganz neutral, es sind Gedanken, die du dir denkst, die du eine gewisse Qualität zusprichst. Im Maßstum deines Glaubens, deines Programms. Infraktionen in Gotteshäuser sind ein voller Erfolg. 1620 verabreichte Impfdosen, so die Bilanz der Infraktion am vergangenen Wochenende in Gotteshäuser. Ihr spuckt mir ins Gesicht. Das habe ich jetzt als Udo Brüff, das ist das, was ist. Es ist einfach nur erbärmlich. Aber was ist das jetzt? Das sind Gedanken und jetzt kommt die große Erkenntnis, ich nehme alle Schuld auf mich. Willst du Gedanken, die du dir ausdenkst, die Schuld geben, dass sie so sind, wie sie von dir gedacht werden? Ich gebe nur einen einzigen, die Schuld nehme ich mir selbst, weil ich mir das ausdenke. Dann bist du ich, ich nehme alle Schuld auf mich. Es geht hier nicht um Standbunde. Das ist immer wieder, wiederhole ich das. Beobachte dich einmal in deinem Alltag, wie du immer wieder wegschmierst, du Geist. Wie du immer wieder vollkommen sympathisierst mit einer Seite und entsetzt bist mit der anderen Seite. Dann wieder in Zweifel kommst, wenn du vor deinem Fernseher siehst und da siehst du volle Krankenhäuser und irgendein Arzt erklärt dir und dann werden Bilder eingespielt. Der klassische, der Manipulation, des Framings der Massenmedien, die übrigens sich das nicht raussuchen können, dass ich die mir jetzt so ausdenke. Bist du schon ich? Du musst aufhören, irgendjemanden, dem du dir denkst, die Schuld zu geben, dass er so ist, wie er von dir jetzt in diesem Moment gedacht hat. Die Schuld ist zuerst einmal der Intellekt, den du zum Denken benutzt, deinen Schwamminhalt. Den konntest du dir aber nicht raussuchen. Das heißt, du bist auch so lange nicht schuld, solange du das nicht weißt, mit Holophilien gehst du vollkommen in die Schuld. Ich mache dich über alles und jeden. So, und jetzt springen wir mal ganz, ganz kurz in ein heutiges Update rein. Das ist das Thema des heutigen Updates als Ding an sich. Da hatten wir in unserem Chat, wo ich immer wieder sage, so eine kleine Sache von unserem Rainer, glaube ich, war das. Nein, Joker. Ich habe ich auch vergenommen. Jetzt ist es so, da geht es um die Zahl 256, Amaria. Und das sind die Offenbarungen des Jahres. Er verlinkt jetzt auf die Holophilien-Seite. Da geht es dann hier mit dem vorhergehenden Selbstgespräch, was mir wichtig ist. Das sind zwei Seiten. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf, egal ob das ein Lied ist, egal ob du einmal Getüden-Suppe anschaust. Die Welt spricht zu dir, sobald du die Vordersprache beherrschst. Und das ist natürlich hier die klassische Übersetzung. Amaria heißt ihre Reden, ihre Sprüche, ihre Reden, Wendungen, ihre Verheißungen. Dazu muss man wissen, dass diese Ja-Endung ihre Singular hebräische Grammatik ist. Wenn ich das Blau schreibe, heißt es ihre Worte, Reden, Sprüche. Das ist die erste Seite. Ich kann es aber komplett rot lesen. Und dann bedeutet das das oder der Wort Gottes. Weil das heißt nämlich Wortsprechen, das können wir uns dann einzeln nochmal anschauen. Und das heißt Gott. Ja. Kurz vor von Jahre. Und ich habe jetzt das Rot geschrieben, Plus, Minus ist gleich Null. Da habe ich jetzt das Deter reingesetzt mit der Nulllinie. Jetzt hast du den Wellenberg oben, jetzt haben wir schon unseren Einheitskreis. Und jetzt habe ich das Großbuchstaben auch eine Zeichen für unsere für diese griechischen Buchstaben. Und das ist interessant übrigens, wenn man die jetzt durchzählt, das kann man uns kurz nochmal anschauen, habe ich hier dieses Zeichen als Großbuchstaben ist ein kleines Hedi Quintessenz in der Mitte von dem Einheitskreis. Das ist der Ort Gottes. Und Gott ist E-Quadrat. Diese Quadrat sind J-C-A-I-C-H. Wir zwei. Und da habe ich jetzt das, wenn man jetzt einzeln liest, der Schöpfer ist das Meer, ist der Kopf, B-Rosche, die Mitten dieses Kopfes und das ist Gott, das Gotteskind ist die Quintessenz. Das ist dieses H. Wie gesagt, jede Kleinigkeit könnte ich jetzt nur stundenlang weiterlesen. Wichtig ist der Art Pasch, wenn wir uns den hier anschauen, drunter, das ist nämlich fünf, die Quintessenz ist die 43. Ich brenne jetzt die 43, den großen Magier nicht nochmal ein. Den gab von rechts nach links gelesen, den Glücksgott Jupiter, der in dir aufgetaucht ist, um hier die Tür zu öffnen in einer vollkommen neuen Welt. Wenn wir das blau lesen, ist die schöpferische Gestaltwerdung eine berechnete intellektuelle Wahrnehmung. Das sind die Welt einer Gedankenwelt. Okay, das ist jetzt mal das Wort und dann machen wir als nächstes einen Sprung und jetzt schauen wir mal in den Zephanier rein, was da drin steht. Das ist nämlich das Gericht über Judah und jetzt haben wir über das Gericht. Gericht immer dran denken, ich heiße Gericht. Über dir sind deine Gedankenwellen und jetzt der Judah ist an und für sich, da kann man den Judo setzen, kann man blau auch lesen und hast intellektuell aufgespannte geöffnete Schöpfung und 470 gelesen ist das hier dein Wissen, intellektuell aufgespanntes Wissen. Genau. 470. Das Wort des Herrn geschah zu Zephanier, dem Sohn von Kushi, jedes dieser Namen ist ein Symbol, wo eine unendliche Diefe hat, aber wichtig ist jetzt und das Sohn ist Amarias, den haben wir gerade angeschaut, das heißt das Wort Gottes. Ich habe jetzt der Sohn ist J-C-I-C-H immer dran denken, Gott ist allein, will er nicht mehr sein, darum denkt er sich an den Sohn, das ist der J-C-H, der Jesus, der dann erkennt, ich bin eins mit dem Vorder und dann sind wir wieder eins und dann denke ich mit dich aus. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt Sodom und Gomorra, Wegraffen, Affen, ja Wegraffen, werde ich all, da steht nur ich Gott, nicht L-H-Jom, sondern nur ich Gott und Gott ist nichts, heißt auch nichts, das absolute nichts, alles kommt aus mir, aus Gott, aus dem Nichts, ex nihilo und kehrt wieder zu mir zurück, alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr, Wegraffen werde ich Menschen und Vieh, Wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen, samt den Gottlosen ausrotten, werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Das passiert mit jedem neuen Gedanken, den du denkst. Es ist eine extreme, ich sage immer, eine extreme unvorstellbare Grausamkeit und ein extremer Segen gleichzeitig. Ich sage immer, mit der Erkenntnis der absoluten Unfreiheit des Brösels, der du bist und des träumenden Geistes, der sich nicht raussuchen kann, was er träumt, entsteht eine absolute Freiheit, nämlich die Erkenntnis, du kannst nichts verkehrt machen, wenn du der bist, der seinen Traum einfach anschaut, du bist der, der lernt, nicht der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken lernen, sondern der, der das erlebt, was er träumt. Das ist die Erklärung dazu. Jetzt habe ich hier diesen Satz, da springe ich jetzt hier mal zurück, dass du das im Ganzen siehst, dann habe ich jetzt den ganzen Bibelferst hier drunter gestellt, das machen wir dann in den Update, kannst du dann, wenn du das Update des Nachfolgen hier anschaust, ist das drunter. Dann kommt hier dieser schöne Satz, den ich unter meinem Christuszeigen habe, hier unten der Satz, das heißt schlichtweg einfach mal übersetzt, da gibt es übrigens auch eine Ohrenbordung, wo das genau erklärt wird, was das Zeug darunter heißt. Das heißt, wenn die Welt um dich herum, die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, in Fetzen geht, du bist der Einzige, der übrig bleibt. Du bist ein träumender Geist, egal was in deinem Traum sich auflöst, es ändert nichts an dir. Und da kann ich tausendmal sagen, existiert ein Körper, wenn du nicht dran denkst. Es ist hundertprozentig sicher, dass du an etwas nicht, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, das erste und das zweite Gebot zu brechen, dass du dir Bilder machst vom Himmel oben, die nur da oben sind, die sind hier und jetzt die Informationen. Jetzt mache ich wieder Schnitt, wo ist der Mond jetzt? Oder der Jupiter, der Melkow, die Sonne, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Du bist ein träumender Geist und wenn was zu existieren beginnt, kommt es aus dir, Ex nihilo, aus dem absoluten Nichts, dass ich UB bin, als Symbol. So, und jetzt schauen wir uns mal, wie das weitergeht. Und E ist, immer an E-Quadrat denken. E-Quadrat ist Bewusstsein, ist wir, du und ich, du, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, als roter Geist und ich, der dich das jetzt denken lässt. Öffnen das Geschehen am Tag der Schlachtopfers. Des Herrn, da werde ich die Obersten und Königssinien und alle die fremdländische Gewänder anziehen, Heimsuchen. Die Heimsuchung ist was, Ha-Jong ist, wieder zurückholen. An jenem Tag, dazu muss man wissen, dass das hebräische Wort Tag Jong ist, das schreibt sich 10, 6, 40 und Ha-Jong, Ha ist dann der Tag, der Tag, das ist das hebräische Wort für heute. Alles was passiert, passiert heute. Es wird morgen und übermorgen nichts passieren. Wenn morgen was passiert, ist morgen heute. Morgen ist etwas, was du dir heute in die Zukunft denkst. Wenn das dann ist, ist dieses Morgen heute. Und alles, was du dir jetzt, gestern oder in die Vergangenheit denkst, wie gestern war, war gestern heute. Und jeder Moment, der heute passiert, passiert jetzt. Das ist die Sache mit der Hierarchie der Zeitfenster. All das ist hundertprozentig sicher. Das wird ein Gedanke von dir, ein Mensch, ein Affe, niemals verstehen. Ich wiederhole diese kleinen Beispiele, wenn du die Kreaturen, die du dir jetzt ausdenkst, die haben verschiedene Bewusstseinsstufen. Aber Bewusstsein ist, es gibt nur ein Bewusstsein, es ist nur intellektuelle Stufen. Wenn ich immer sage, zum Beispiel hier, der Unterschied zwischen einem Trockennasenaffen und anderen Dieren, besteht einfach in der Rechenfähigkeit. Ich sage, Instinkt, was du Dieren als Instinkt definierst, das ist ein kleiner Taschenrechner und was du ihnen Gelegenheit ist ein normaler Laptop oder Computer oder Smartphone. Genau. Beide sind geistlose Rechenmaschinen, die auf gewissen Daten aufbauend oder Regeln aufbauend die Rechnungen anstehen. Es ist ein Aufblenden der Quantität, aber nicht das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nur eins da, das ist der träumende Geist. Und jetzt kommt, wenn du die Kreaturen anschaut, du kannst einer Katze, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, niemals beibringen, dass die dir ein Stückchen bringen. Das müsste eine Ausnahmekatze sein. Das kannst du einem Hund beibringen. Ich erzähle dir so oft, das ist unendlich tief, was ich dir jetzt erkläre. Du kannst aber einem Hund das Sprechen nicht beibringen. Das kannst du einem Papagei beibringen. Aber dir muss klar sein, wenn der irgendwann einmal was nachäfft, hat er das nicht verstanden, er weiß nicht, was das bedeutet, was er spricht. Stimmt oder stimmt? So. Und alle Menschen, die nachäffen, sind nichts anderes. Allzu gut, an jenem Tag, das heißt, heute werde ich jeden Heim suchen, der über die Schwelle springt. Jetzt kannst du das vorhergehende Selbstgespräch auch nehmen mit diesen Liedern, wo ich dann ganz definitiv sage, ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit, wenn du mir vertraust, dass ich in dir einen vollkommen neuen Traum auftauchen lasse. Wie aus nichts. Alle, die das Haus ihres Herrn mit Gewalt hat und Betrug füllen und es wird geschehen, heute, spricht der Herr, horch ein Geschrei vom Fischtor, Facetten, die in dir auftauchen, ist es Gestaltwertung für einen Moment und das passiert in einer Reihe. Tor. HR heißt wieder eine wahrgenommene Berechnung und das ist der Berg, der Bräisch. HR. Und das wird um BRG, das deutsche Erwachengeist. Und ein Geheul von der Neustadt und ein lautes Krachen von den Hüden, von den Gedankenwänden hier. Es kracht und donnert über dir, schlafen die Berandungen zusammen. Immer im Rücken. Der Polare Rand ist der Wendor und die schlagen immer wieder, schau das kleine Bild an, die Brandung, die Welt, die ELD, das Brandopfer, schlägt von Augenblick zu Augenblick wieder zusammen. Das deutsche Wort Welt von rechts nach links in hebräischen Zeugen geschrieben heißt ein aufgespannter Polarer Rand, ein Brandopfer. Du musst jede Welle opfern, um eine neue Welle, eine neue Form zu bekommen. Ein ewiger Vorgang ohne Anfang und Ende. Heute, ihr Bewohner des Magtesch, das wäre jetzt wieder hebräisch, müssten wir jetzt in den Nacht gehen, Redo-Programm hat es tausende von Stunden getätigt und da stimmt dann jeder einzelne Satz und jeder Vers, denn das ganze Händlervolk ist vernichtet, alle die Silber abwiegen, Kieshoff, wie eine Schwelle, die Gedankenwellen, abwiegen, was richtig und verkehrt ist, der Wellenbald oder das Wellendol, sind ausgerottet. In jener Zeit wird es geschehen, wir öffnen, wir schließen jetzt, rot gelesen, eine Ehe zwischen Plus und Minus ist immer eine Ehe, Existenz, wobei die unteren paar zusammengehören, auch Gesundheit und Krankheit und Hell und Dunkel und Gut und Böse und Sonnenschein und Regen, dass ich Jerusalem mit Leuchten durchsuche und die Männer heimsuche, Seger, die Denker, den Geist, die Geistensfung, die sich das ausdenken, nicht die Trockennasen auf dem Männchen und die ist volles Holophilig, magst du das? Naja, klar. Der Text kann von mir sein reden. Die Männer mit einem Schmunzeln und die Männer heimsuche, die auf ihren Hefen sitzen, die ich jetzt, da müssten wir jetzt wieder schauen, was da für hebräisches Wort oder was das altdeutsche Wort Hefen bedeutet, die in ihren Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Wie ist das zu verstehen? Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ich, obi, wirke, wirke, das wirkende E-Quadrat, das ist das Ding in der Einstein-Formel. Nichts Gutes und nichts Böses, sondern immer nur flackernd plus minus ist nichts, die Nulllinie absolut Vollkommenes und absolut Perfektes. und jetzt ist jetzt die Weisheit vom Erwachten sind Facetten in Eckspiegeln und das ist das E-Quadrat-Bewusstsein, das sich das anschaut. Es ist innerhalb dieses E-Quadrat-Bewusstseins spitze ich das Ganze ab. Da habe ich jetzt ein Liedchen noch mit reingestellt, da habe ich jetzt so ein, ist eigentlich ein Buch, ist aber mehr eh so Zeug. E-Quadrat wie ihre Gedanken die Welt verändern neue Beweise zum Selbstes. Da haben wir jetzt das hier, ein bewusster Geist, Energie, bewusst Er, bewusst Ersein, er, der sich das Ganze ausdenkt. Das bin ich und du, du, der sich es ausdenkt im Maßsetzum des Intellekts, den du von mir bekommen hast und den erweitern wir jetzt ganz gewaltig. Geist, GE-Quadrat ist Energie. Das ist interessant. Sein, Energie, Sein, Energie, Kopf und der Geist Gottes ist dieses E-Quadrat. Rot, Adam, still, auch schweigsam, der nichts mehr sagt, der nur noch schaut. Das ist, wenn ich sage, du musst zu dem Geist werden, der seinen Traum beobachtet und beobachtet, wie du jetzt in deiner Rolle reagierst, wie du interpretierst ohne deine eigenen Währungen zu interpretieren. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und wenn es jetzt wieder in dir auftaucht, du vergisst das immer, du vergisst das ständig. Und das ist die Lampe im Projekt in unserem Beispiel dieser Fähigkeit. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Ganz einfach die Erklärung, sie ist als Geist ein absolutes, nicht denkbares Nichts, weil sie ewig ist. Und sie, alle Formen, die sie annehmen, diese schöne Symbol mit der 200 Gramm rote Gnete, die sich umformt. Du bist, egal an was du denkst, egal welche Information du jetzt anschaust, du bist immer dasselbe Geist. Rot gelesen. Jetzt denken wir uns ja schon wieder an aus. Sie, das Bewusstsein Gottes ist E-Quadrat, kann nur von einer Form in die andere umgewandelt oder von einem Körper auf den anderen übertragen werden. Das ist ein bisschen ein Blödsinn. Aber diese ständige Umwandlung, weil da müssen wir uns ja schon wieder auseinanderdenken, ich habe jetzt da nur den Originaltext genommen, das sind jetzt die Sachen, die findest du in Physikbüchern. Und das natürlich jetzt auch wieder umgesetzt, macht das alles einen Riesensinn, wenn ich jetzt die Jahreszahl umsetze, weil das eine Matrix ist. Und dieser ganze, die Energieerhaltungssatz, der Mechani, das Gehirn-Ich, das ist wie dein Gehirn-Ich, jetzt fängst du an, die Energie auszudenken, die erschaffen wird, die verbraucht wird, das sind schon Formen dieser roten Energie. Das ist das, was man wissen muss. Das ist so mal das Erste, wo ich jetzt drauf hinweisen wollte, ich will das Selbstgespräch ja nicht so lang machen, das ist jetzt das Vorhergehende. Und man muss sich darauf einlassen, wenn ich jetzt meine, ich habe das nicht nötig, das ist zum Beispiel hier, ich habe mir die Mühe, wenn man das jetzt, das pure MZ, das ist nicht existierend, ist Gott. Nicht existierend Gott, das füge ich jetzt ein und das hebräische Wort für Information hat dann in sich selber die Formationen und dieses pur heißt ja das Los des Schicksals, interessant, das ist auch das für, das habe ich so oft darauf hingewiesen, das Los des Schicksals, da hast du immer eine kleine, wenn du kleiner geistig dich noch vor etwas fürchtest, für ist pur, die Radix F-U-R ist P-U-R im Hebräischen, dass dir aufgrund eines fehlerhaften Wissensglaubens, jetzt zum Beispiel, dass du sterben musst und dann, solange du dich mit deinem Körper verwechselst, hast du ein riesengroßes Problem, das Ganze passiert nämlich im Kopf der 86, oder das ist das intellektuelle Wissen der 86. Und, na was, wo wollte ich jetzt hin? Ach, MZ wollte ich noch. das MZ, das MZ, das gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, schau, dieses Los ist Spreu und die Unterdrückung und jetzt können wir in den Bibelfers reinspringen, ich trenne die Spreu vom Weizen, such dir das mal her, dieser genaue Vers, das ist jetzt immer wieder bei den Vorvorhergehenden Selbstgesprächen mit der 666, da wird die Spreu vom Weizen getrennt, das ist die Gestalt gewordene Geburt heißt es schlichtweg, aber das ist doch dein Schicksal, das ist doch pur, deine pure, dein pure Schicksal ist, dass du jetzt dich als irgendein Brüsseler lebst im Traum. Jetzt, was ich noch ansprechen wollte, das ist ein kleiner Aufzug, da weiß ich, dass viele Extreme überfordert sind, obwohl das, wenn man das Prinzip kennt, ist das unabdingbar, aber wichtig, wenn du jetzt vorschnell bist und sagst, das interessiert mich nicht, ein klares Zeichen, das ist wie ein Kind, das sich halt nicht für erwachsene Sachen interessiert und normale erwachsene Trockenausenaffen interessieren sich über so viele Sachen, aber nicht über sich selbst, für sich selbst, Entschuldigung, wer interessiert sich für das, was er selber ist, ich weiß doch, was ich bin, ich weiß doch viel besser wie du, was und wer ich bin, hier reinschauen, wir springen da ganz kurz rein, das ist jetzt so, wenn physikalisches Zeug über die Ebenen, dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt ein Bild anschaust, ein Fernseher, normaler Fernseher, dann ist das ein 3D-Bild, dann wirst du sagen, wieso ist es ein 3D-Bild, weil du ein zweidimensionales Bild hast, das sich ständig verändert und diese ständige Veränderung, Bild, 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 ist die dritte Dimension, das nennst du Zeit, und wenn du aus deinen Augen rausschaust, sprich auf eine Vererbrille aufhast, dann hast du ein vierdimensionales Bild, du hast nämlich ständig wechselnde dreidimensionale Bilder, das ist dann ein, jedes Bild ist ein vierdimensionales Bild, ein dreidimensionales, optisches Bild, plus der Moment, den du anschaust, der wird mit dem nächsten Gedanken schon den nächsten Moment erzeugt, das wird hier erklärt, und jetzt fahren wir hier mal runter auf die Seite 10 und dann kippt es in einen ganz anderen, ich lasse alles, was in Physikbüchern steht, stimmt, da musst du jetzt das gar nicht, das sind reine arithmetische oder physikalische Sachen, dass du aus dem Nullpunkt im Einheitskreis, was über die Farben entrollst, grün heißt dann aufblühen, ausspucken, dann gehst du in den blauen über den Burbur-Bereich da rein, und das Ganze, zwei Umdrehungen, das ist der Spinn in der Quantenmechanik, rollt sich dann wieder zurück in den Mittelpunkt. Das wird jetzt ohne physikalisches Wissen kannst, ich habe es so einfach beschrieben, wie es einfach nur geht, aber du solltest dem dilettanten Wetscher etwas mehr vertrauen. So, jetzt kommt diese Stelle und jetzt wird es ganz interessant, weil jetzt mache ich es einfach, schau dir das an, wenn du Interesse hast, wenn du keins hast, ist es eh wurscht. Das ist jetzt original, ich bin nur nur fadig geschrieben. Ab hier. Wichtig, wir lesen das nochmal durch, ich, will dich jetzt an einige Worte aus dem Buch Ich bin du erinnert. Diese geistreichen Worte betreffen nicht nur all, das ist das Nichts, kreativ, ex nihilo, religionen. Religio heißt wieder zurückführen in dieses Nichts. Das passiert, wenn du wach wirst, wirst du an diese ganzen Religionen nicht mehr denken, weil dann hast du ein höheres System in dir installiert, nämlich holo-feeling. Sondern sie gelten auch für die dogmatischste, aller fanatischen, rechthaberischen Glaubensgemeinschaften und das ist die völlig gottlose, geistlose, offizielle, materialistisch orientierte Naturwissenschaft. Ich mag es noch mal so, da kann auch die dazu. Das ist purer Materialismus, unbewusstes, chronologisches Denken, keiner, es ist nur Machterhalt, es ist geistloses Geschwätz und Menschenmanipulation, ob das politische Sekten sind, ob das religiöse Sekten sind, das ist das, was ist. Du musst es akzeptieren. Wenn du es nicht akzeptierst, ein Gedanke von dir wird es nie akzeptieren. Hoff da nicht drauf. Du musst der Erste sein. Wenn du ich bist, bist du der Erste. Er ist die. Aber was will man von Menschenaffen? Nach eigener naturwissenschaftlicher Definition, bist du ein dummer, geistloser Affe, der jetzt vom Computer sitzt oder bist du der Geist, der sich selbst als Affen ausdenkt? Wenn du das bewusst machst, ist es vollkommen okay. Dann bist du ein Schauspieler in einer Rolle, in einem hyperrealistischen Videospiel, ein Avant-Dor beziehungsweise der Protagonist von dem Spiel, der den Schollstück in der Hand hat. Das gibt dir eine unendliche Macht. Aber keinen Schritt, keine Sekunde früher, bevor du das nicht erkannt hast für dich selbst. Denn anderes erwarten, als nur das geistlos nachgehefte Rezidieren der göttlichen Weisheiten, die in den heiligen Büchern aller Glaubensgemeinschaften stehen und dazu gehört auch die Mathematik, Physik, Chemie und Biologiebücher. Ich sage, das sind alles heilige Bücher. Alles, was da drin steht, stimmt. Was nicht stimmt, ist das, was dir deine Affen, Eltern oder Lehrer erzählten, was das bedeutet. Der offiziellen Naturwissenschaft. Offiziell heißt kinderlich. Das, was in diesen Büchern steht, ist richtig. Geruch. Dick, 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 genau so richtig, wie das, was in den heiligen Büchern jeder anderen Religion steht. Die Falschheit, immer dran denken, Faller, heißt auch, Falle, falsch. Die Welt ist das, was der Fall ist. Sagt Ludwig Lichtenstein in seinem Traktatus Logicus, dem wir uns jetzt ausdenken. Der sagt das natürlich nur, ich kann mir den nur ausdenken, wenn ich das weiß. An und für sich weißt du in dir alles, weil du alles in dir trägst. Du bist eins durch 81. Und damit auch alles übel in der Matrix entsteht erst durch die einseitige, wohlgemerkt die einseitige Auslegung. Der vollkommen metaphorisch zu verstehen, den Symbolik, das Zusammengeschmissene dieser heiligen Bücher. Nicht nur die Heiligkeit der einzelnen Bücher, sondern auch die Heiligkeit dieser ganzen Bücher und Religionen sind wieder Facetten von einer höheren Kollektion. Das Christentum als Ding an sich existiert in deiner Welt überhaupt nicht. Das sind geistlose Nachgehaupt, das Katholiken sind und das sind alles tiefgläubige Materialisten schon aufgrund der Tatsache, dass sie unbewusst chronologisch denken und das zweite Gebot halten. Stimmt oder stimmt? Jetzt komme ich und ich sage wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich, wenn ich mir an Abraham nicht ausdenke, existiert er nicht. Ich und jetzt in meinem Traum. Und je, der Udo Petscher ist, den du dir in deinem Traum denkst, bist du, weil es existiert auch kein Udo Petscher in deinem Traum, es existiert nicht einmal ein Gott in deinem Traum, wenn du nicht an Gott denkst. Gott selber kann man nicht denken, das bist du selber, zumindest der Gott für deinen Traum. So, jetzt schauen wir da ein bisschen rein. Du unterwirfst dich, das ist jetzt ich bin, du, die erste kleine Schrift, wo alle so verschmähen, weil das ja so ein Spinner ist. Du unterwirfst dich den Informationen und den anerzogenen Glaubenssätzen und Dogmen, die du aus dem Unterbewusstsein, das ist dein, das im Arbeitsspeicher, dein Schwamminhalt, erfassen kannst. Du greifst ja nur auf das zurück, was dir logisch erscheint. Alles andere verwirrst du. Ich sage, liebe deine Feinde, liebe das, was du bisher bekämpft hast. Mach dir bewusst, hättest du den Schwamminhalt deines Gegenübers, mit dem du im Standpunkt des Streitest, dann wäre das für dich vollkommen logisch. Es wäre für dich vollkommen logisch, dass das Impfen richtig ist und es nicht impfen die Falle ist. Du musst die Demut aufbringen, hättest du den Glauben deines Gegenübers, dann wäre alles, was du ihm erzählst, unlogisch. Aber wir haben in den zwei Seiten trotzdem, schau bitte, das untere Bild hat nochmal eine Besonderheit. Das Druck, sobald du streitest, Gegendruck erzeugt. Umso rechthaberischer du überzeugt bist, dass dein Nichtimpfen richtig ist, umso mehr wirst du welche um dich rum haben, die überzeugt, noch überzeugter sind, dass das Impfen richtig ist. Erst wenn du von deinem einseitigen Glauben locker lässt, lassen die auch locker. Die Gedanken haben keinen Einfluss drauf. Ich mach dir bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst und mach dir irgendwann nochmal bewusst, dass du, hättest du das andere Programm, wäre das auch richtig. Wir haben aber bei den zwei Seiten und das erkläre ich mit dem Schwammbeispiel, Entschuldigung, mit dem Klingelingeling Beispiel, dass da trotzdem einen Unterschied ist. Der Unterschied besteht darin, bei dem Klingelingeling Beispiel, dass das, was du bis dato geglaubt hast, gleichgültig, ob du jetzt Impfgegner oder Impfbeführer bist, dass du chronologisch unbewusst immer eine Ursache in die Vergangenheit denkst, die du dir denkst, aufgrund eines Reizauslösers. Genau. Das ist das Klingelingeling Beispiel. Das gilt für beide Seiten. Egal, ob du für Impfen bist oder gegen Impfen bist, du setzt die Ursache irgendeinem Virus, der in der Vergangenheit aufgetaucht ist, die wir jetzt da draußen haben, du kriegst das zweite Gebot. Der eine wie der andere. Das ist kein Unterschied für mich. Das ist das Gut, ich habe weder was Gutes noch was Böses erschaffen. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir ein Licht aufgehen, die Augen aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Das Lämpchen, Engelisch Lämp, Lämp, die Lampe und das Lamm der Offenbarung, dann bist du diese Lampe, und das Lämpchen, das brennt. Und solange du eine Seite als Minus dürfen bist und das nicht haben willst, hast du ein Riesenproblem. Bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was ist. Das heißt dazu, dieses Unterbewusstsein ist jetzt blau geschrieben, aufgespannte Existenz in einer Reihe. Das ist nicht Bewusstsein. Das ist dein Intellekt, das ist dein Glaube. Dein ganzes intellektuelles Wissen, das du jetzt richtig ansiehst und bastelst dir dann daraus dein Weltbild. Eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht oder eine Scheibe, je nachdem, was man dir erzählt hat. Giftige, gefährliche Viren, die wohlgemerkt bis zum heutigen Tag auch die DNA, auf der dein Körper aufbaut, die noch nie einer gesehen hat, aber jeder erklärt dir genau, wie das funktioniert, weil sie geistlos nachöffen, ohne sich Gedanken zu machen, was es wirklich bedeutet. Die sind es nicht wert, dass die Erde bescheißen, die du dir ausdenkst. Klingt jetzt unheimlich brutal, ich mache das absichtlich mit und schmunzeln. In dir liegt aber meine ganze Wirklichkeit. Alle möglichen Möglichkeiten des Daseins und alles Wissen der Menschheit ist in dir, im Jetzt, 1 durch 81 vorhanden. Viel mehr, als du aus allen Büchern der Welt jemals erfahren kannst. Reines Kopfwissen kann dir niemals den Duft einer Rose liegen oder lebenfrohes Kinderlachen empfinden lassen. Ich spreche hier nicht als Autorität oder Lehrer. Ich, dieser Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Ich zeige dir, was Lichtzeichen sind. L-Out heißt auch Lichtzeichen. Sondern nur vom Buch zum Mensch, wenn du das selber lesen musst. Dass du natürlich eine Lautsprecherstimme. Wer spricht das, wenn du jetzt zum Denken und wenn du das liest? Du merkst, wie das sich verändert, nur durch das hinzufügen der Farben im Sinn. In Ich bin, du ist es nur schwarz-weiß. Du wirst aus dir nur das herauslesen, was du in der Lage bist, in mich hineinzulesen. Das ist nämlich, das denkst du dir ja jetzt aus. Das ist ja immer in Bezug auf Ich bin du, wenn du das Buch in der Hand hast. Wie das erschienen ist, hat es ja praktisch noch kein Internet gegeben. Die meisten hatten kein Internet. So wie du über mich urteilst, verurteilst du alle Dinge und Lebewesen in der von dir wahrgenommenen Welt. Recht haben wollen heißt immer auch Macht haben wollen. Es ist eine arrogante Anmaßung, bestimmen zu wollen, wie die Dinge sind und wie sie zu sein haben. Nie wirst du den Sinn deines Daseins erfahren, solange du nur an deine selbstbestimmten Wahrheiten glaubst, die ja überhaupt nicht deine Wahrheiten sind. Deine ganze Meinung sind Anderungen. Verdammt nochmal, begreif doch, egal was du an Corona zahlen, an Sterbezahlen, an volle oder leere Krankenhäuser dir ausdenkst, hast du doch alles aus dem Internet. Hundertprozentig. Zu 100% sage ich dir, dass 99,99% von dem, was du als 100% sicher ansiehst, wenn du das beschwörst, wirst du an meine Eide. Ich sage jetzt nochmal, ich lasse dich bis in alle Ewigkeit leiten, bis du aufhörst, meine Eide zu schwören. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und solange du ein ungerechter, ein liebloser Richter bist, werde ich deine Richter sprich an dem Verstrecken, vollkommen sinnlich wahrgenommen, im Real, der du zurzeit in deinem Traum zu sein glaubst. Und du wirst bis in alle Ewigkeit aus diesen Hexenkesseln nicht rauskommen, bis du zu Liebe wirst und alles und jeden, den du dir ausdenkst, vergibst, weil du erkennst, der kann nichts dafür, dass ich ihn jetzt so träume und ich als träumender Geist auch was ausgedacht ist, kann nichts dafür, dass ich das jetzt träume. Und jetzt bist du der, der vor den ganzen ausgedachten Dingen steht, der roten Geist. So verhält es sich auch mit meinen gesamten Offenbarungsschriften. Nie wirst du ihren wirklichen Sinn rot begreifen und entschlüsseln können und sie im Gesamtzusammenhang verstehen, wenn du sie nur als eine Analyse mit deinen selbst erfundenen Maßstäben unterziehst. Welch ein Widersinn, wenn gerade scheinheilige Menschen glauben, die Bibel wie in mir ist in Gott, in mich, die Hilo, erklären und auslegen zu müssen. Dies ist einer der größten Sünden deiner Menschheit und die schlimmste Besudelung meiner heiligen Schriften gilt übrigens nicht nur für die Bibel, sondern auch für den Koran, es gilt für die Physikbücher, für die Chemiebücher. H2O hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche kleine Teilchen, Elektronen und Protonen rumkreisen und in einer gewissen Kombination das Ganze dann Wasser ergibt. H2, Jahwe, J-H-W-H-2 kreisen, das ist es H2O. Das beschreibt die Welt an der Gedankenwelt. Die selbstständige Textexegese, Auslegung fanatischer Besserwisser wurde zur Wurzel unvorstellbaren Leid, wobei ich jetzt schmunzle, dass Gedanken von mir niemals als Ding an sich leiden können. Du kannst dir die grausamen KZs vorstellen, dann erschaffst du die, du erschaffst die, weil du dir eine Vergangenheit ausdenkst, die du nur mit an meiner Leid beschwören kannst. Du lebst in so einem offenen, freien Staat, die dich ins Gefängnis werfen, wenn du das leugnest. Was man dir eingetrichtert hat, habe ich nicht gesagt, die Kriegsgewinner bestimmen immer, wie die Vergangenheit war. Ich zeige dir mit einem anderen Hitler, der natürlich auch dann nur einseitig ist. Jetzt sind wir wieder wie beim Impfen oder Nichtimpfen, guter Hitler oder besser Hitler. Die Frage stellt sich nicht, wenn du drüber stehst. Bei Holophilen geht es nicht, ob oben oder unten stimmt, ob gut oder böse stimmt. Was ist das in der Synthese? Was vollkommen Neues? Das ist, du brauchst keinen großen Intellekt, ich sage jeder 13-Jährige, der aufgeschlossen ist, wenn mir jetzt geistig folgt, kann das verstehen. Und dann erkennt er den Wahnsinn seiner Lehre und seiner Erzieher. Und dann wird er ewig leben und nicht, weil man die Erdkugel rettet, die du dir ausdenkst. Hätte man dir was anderes erzählt, hätte man dir erzählt, du träumst jetzt von Anfang an. Meine Sache mit der Insel. Dazu gehören vor allem die Besserwisser, Entschuldigung, die Vorfahren der jetzt etablierten Kölken. Auch hier und gerade hier wollte der Mensch nur dirigieren, bestimmen und Macht beanspruchen. Geh mal ins Mittelalter, die ganzen Kölken, fürsten, die ganzen Bischöfe, wie die Welt, die Bischöfe und die Könige miteinander bis zum heutigen Tag. Schau dir Bilder an, wo katholische Bischöfe dort stehen und den Hitlergruß machen. Jetzt in der negativen Form. Es ist wichtiger, an der Macht zu bleiben, weil es uns heute keine katholische Kirche mehr geben. Wenn der Hitler sich durchgesetzt hätte, würde es ganz andere Sachen geben. Aber jetzt nicht unbedingt bessere. Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Die immer Grenzen ziehen. Oft drängt sich dem Einsamen in Suche die Frage auf, welches man meine Bibel so verwandt und auf widersprüchlich erscheint. Die ist widersprüchlich, weil ich die Ganzheit erkläre. Ihre Aussagen scheinen undurchsichtig, ihre Absichten unbestimmt. Sobald man glaubt, einen Sinn gefunden zu haben, schon zeigt sich ein erneuter Widerspruch. Warum wird darin nicht klar ausgedrückt, was nun wirklich Sache ist? Es wird ganz klar ausgedrückt, du müsstest nur die Vatersprache verstehen. Genau. In Bezug auf die Frage. Dann wirst du feststellen, dass da viele Kleinigkeiten drin sind. Ich springe mal da gleich rein, wir hatten mir da heute Morgen was geschrieben. Der Roman. Frage. Das mit der Mitte fange ich an zu verstehen, Chef. Diese entscheidende auch immer, das geht jetzt auf das letzte Selbstgespräch. Allerdings beißt sich bei mir immer die Aussage bezüglich Endzeit, Sodom und Gomorra, aber gleichzeitig wird immer wieder erwähnt, in Selbstgesprächen, dass es mindestens 25 Jahre braucht, um mal anfangen, wirklich etwas zu verstehen. Du musst mindestens 25 Jahre die Bücher studieren. Ich sage, du musst die gar nicht studieren. Das ist die andere Seite, das ist ja einseitige Aussage. Ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt erschaffen, und du die Erde und die Welt erschaffen hattest von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott nichts. Da steht, bist du all. Du lässt den Menschen, da steht eh nur zu Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Das steht da nicht. Im Original steht, komm zurück, Benni, Adam. Komm zurück, mein Sohn. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Wir können uns das einmal im Original anschauen. Das sind diese Verse. Da heißt es hier, bist du Gott. Da steht, das ist das männliche Du übrigens, ab, dieses weibliche Du, ist auch der Akkusativ und mit dann hier hinten dran, das ist das rote hier, die Quintessenz, ist Gott, ist nichts. Das Wort heißt Gott und nichts. Das heißt, von Ewigkeiten zu Ewigkeiten bist du, weil du nichts bist. Nichts kann nicht zerstört werden, alles was existiert. Und jetzt kommst du, lässt zum Staube, A, U, B, zurückkehren, den Menschen. Das ist interessant, zurückkehrt der Mensch, der Eno, sterbliche Säuge, die unheilbar krank. Und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Da heißt es aber, kehrt zurück, Benny Adam, mein Sohn Adam. Das ist der Zustand, wenn du wach wirst. Und jetzt kommt dieses, denn tausend Jahre sind in deinen Augen wieder gestrige Tag. Da steht, Elf, Shinon, Jam. Shinon, die Jam-Endung heißt, Jahre heißt auch Schlaf und unendliche Wiederholungen. Elf, wenn ich das lese, Elf, Shinon, heißt es unendlich viele Wiederholungen, logische Existenzen des Meeres. Ich dachte, der logische Schlummer. Nimm ist doch Schlummer. Nimm ist Schlummern, leicht schlafen, die Logik lässt dich leicht schlafen und etwas, was ich ihm träume. Genau so ist es. Und es geht jetzt dann gleich weiter. In der gestrige ist wieder gestrige Tag. Gestern ist heute. Du kannst nur heute an gestern denken und wenn gestern ist, ist gestern heute. Und wie eine Wache in der Nacht. Wenn du nachts wach pickst, dann träumst du. Das ist dein Bewusstsein. Merk nur nicht, dass es träumt. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Am Morgen, wie Gras das ausgesprasst wird. Das ist, du blühst auf jeden Morgen, wenn du wach wirst. Ich bin wach. In dem Moment weißt du nicht einmal, was hell oder dunkel ist. Du Geist. Du musst zuerst einmal an deinen Körper denken und die Augen aufmachen. Dann hast du was auf deiner VH-Brille. Stimmt oder stimmt? Das so musst du das lesen. Das ist Vordersprache. Da weißt deine Welt nichts davon. So, die Botschaften von Kreuz. Wo war man? Widersprüchlich erscheinen. Du merkst, wie wichtig das ist. Ich weiß, das sind viele, die haben das fünf, sechs Mal gelesen. Ihr liest zu kompliziert. Selbst Redo, weiß ich jetzt mit dem Programm, ist immer wieder entsetzt, wie einfach da eigentlich alles ganz genau drinsteht. Die bewegten Abschnitte sind gerade die unergründlichsten. Denke an das Lied des Moses im Deuteronomimum oder die Botschaft vom Kreuz im ersten Korintherbrief. An das rechte Verhalten gegenüber den Anlehrern. Im zweiten Brief des Timotheus und die berühmten Kapitel in Dahlien, welch eine Fundgrube für dumme Besserwisser, ein jeder Idiot, lateinisch übrigens heißt es einfacher Mensch, spricht trocken, Nausnaufel, kann diese Texte nach seinen Gutdünken auslegen und damit auftrumpfen und beweisen, dass jeder andere sich mehr hat als er selbst. Wie sehr berauschen sich doch solche dummen Affen an der Esoterik meiner Offenbarungen. Fanatisch dichten sie Dinge in ihren aus den Zusammenhang gelesenen Wortfexen hinein, die meinen ursprünglichen heiligen Gesamtkontext gelesen, in der Regel das genaue Gegenteil bedeuten. Ein Dummer weiß immer, alles besser, bis noch ein größerer Naht daherkommt. Flackerndes Licht. Aber allen fällt der Blick auf meine wirkliche Weisheit. Wie oft zitiert, Verse aus Jesaja, Daniel und anderen Büchern lassen sich für jede Auslegung herziehen, solange du einseitig bist. Dann gehen die Streitereien los, der eine sagt, der Wohnung ist eine Küche, der andere sagt, nein, das ist ein Schlafzimmer. Mein Auto, mein Kabelstecker, Beispiel. Und Missbrauchen. Oder Küken, Beispiel. Küche ist ein Herd, nein, Küche ist ein Kühlschrank, nein, Küche ist ein Topf. Ihr wisst nicht, was die höhere Kollektion ist. Was diese Menschen für ihre richtige Auslegung halten, ist nur das Spiegelbild ihrer persönlichen Charakters. Und ich sagte ja gleich, jeder rechthaberische Mensch ist ein ganz übler Charakter. Jeder machtgeile Mensch ist ein übler Charakter. Liebe zeigt sich durch Vergebung, durch Verzeihen und durch Demut. Meine Wirklichkeit wird sich immer hinter der Unwissenheit von fanatischen Besserwissern versteckt halten. So ist es mein Gesetz. Ich mache sie da, das war ZD, das ich kenne. Jetzt kommen wir solche Stellen, mal ganz einfach im Original gelesen. In der Segel, Kapitel 47. Erkläre ich, Ubi, im symbolischen Bildern den ständigen Hervorgang deiner Matrix-Traumwelt Gedankenwellen, die aus dem göttlichen Geist, der immer ist, kommen. Zusammengeschmissene Zweigestalten, Wellenberg und Wellen doll, sind eine einzige Existenz. Und den ständigen Hervorgang neues Leben in uns, aus uns selbst. Von Augenblick zu Augenblick, von Augenblick zu Augenblick entsteht in uns neues Leben, in uns Geist. Die Vision vom zukünftigen Demp-El, das geistige Wasser aus dem Demp-El. Demp-El heißt ein umspannter, abgegrenzter Raum. Ein Beobachtungskarrei, wie ein Spiel mit seinen Spiegeln. Und Demp-El ist ein Zeitpunkt. Et, eine augenblickliche Erscheinung. Bild, 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 Gedanke, Gedanke, Gedanke. Im Original, das heißt, in meiner heiligen Dora habe ich das Wesentliche genauer beschrieben. Lese Ori heißt Ari. Mein geistiges Dicht, der Wortkomplex im Ori, Ge in Al. Der Geist im Nichts. Kann man auch dann, der Geist Gottes ist ein Sein des Nichts. Bedeutet, im Aria, Geist in Gott. Das ist ja Aria. Arithmetiker, göttliche Arithmetiker. Schau dir die Holo-Arithmetiker an. Das JHWH. Hier einige anschauliche Beispiele. Bei diesem deutschen Text handelt es sich um die Elberfelder-Übersetzung. Äußere Felder heißt Schade. Äußere Felder. Der Dora. Die Stellen mit extrem irreführender einseitiger Auslegung, die Stellen, die eindeutig falsch übersetzt sind, werden hier Wort für Wort im Original wiedergegeben. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus aus der östlichen Kreise. Elberfelder-Übersetzung. Im Original steht, und ich habe jetzt das mal ein bisschen, das musst du jetzt nicht wissen, wenn du die Grundlagen nicht hast, ich will bloß, geh einfach den Gedanken mit, das heißt wirklich laut Wörterbuch, nicht mein Wörterbuch, die Senjus oder den Langenscheid in die Hand und übersetze es selbst. Ich verweise ganz kurz, weil es mir in den Sinn kommt, auf meine Schrimad Bhagavad Gap. Das sind Tausende von Seiten sanskrit, da kommt nach ungefähr 6.000 Seiten, wenn du liest, heißt es, die Shastra deiner Welt, die heiligen Schriften, eine hinduistische Schrift, wenn du Auszüge unterformen, du Upanishad, Upanishad, wenn du wissen willst, was in deinen heiligen Schriften wirklich drinsteht, dann setz dich hin, nimm ein Wörterbuch in die Hand und übersetz das selber, ohne dass du dich von irgendeinem Fachmann reinreden lässt. Erinnere dich an meinen Hegel-Zitrat, in meiner Welt, als habe ich er erzählt, mein junger Freund, hol dir die heilige Schrift, hol dir ein hebräisches Wörterbuch und übersetzt das selbst und wenn du das machst, dann liest du meine Phänomenologie des Geistes nochmal und dann wirst du begreifen, was da drinsteht. Und es, da würde ich jetzt E-Quadrat-Essing schicken. Ja, ja, klar. Sprich, denkt auch nicht an. Wir haben hier unser Amar. Ja. Amar, ja. Mein Gott, Elli, dass die Wasser, die Wasser der Beschwörung und des Fluchs, das ist LH, H-L-H, L-H-I-M, rot gelesen ist Gottes mehr, aber A-L-H alleine, das ist jetzt immer Artikel, das hier vorne, heißt Beschwörung, Fluch, die hervorkommen, das was du beschwörst, habe ich gesagt, hör auf meine Eide zu schwören. Und das was du verflugst, ich werde das was du nicht willst, bis zum Erbrechen ständig in dir auftauchen lassen, bis du das zu lieben anfängst. Liebe deine Feinde. Das was du verflugst, ist das was du nicht liebst und das lasse ich wiederholen, ich bin das lieb, ich glaube es mir. Ich prügele das förmlich in dich wieder hinein, wenn du es nicht zurückhaben willst, deine Gedanken. Die hervorkommen und die hinausgehenden. und immer daran denken, das was in dich hineingeht, was du zurückholst aus Liebe, das verunreinigt dich geistlich. Das was dich verunreinigt, einigt, das ist das was aus dir herausgeht. Das macht nämlich eine Freiheit, das macht ein DR-Eck, ein generiertes Eck, das ist der Dreck um dich herum. Ich mache jetzt mit dir eine Gehirnwäsche. Okay, dass die Wasser der Beschwörung und des Fluches, die hervorkommen, denn hinausgehend ist, sind, Gott zum Einrollen des Ursprungs. Das klingt eine sehr gestätzte Sprache, wenn du das im Original lichst. Das ist halt, dass du ein Riesenkomplex hast und das geht nur mit Chatting. Das Chatting ist ganz einfach, ich sage es nochmal, kannst du Deutsch lesen und schreiben und sprechen? Und du sagst, ja, das steht hier in wenigen Worten da dieses Jahr. Das ist Gott. Und jetzt sage ich zu dir, ich kann es nicht erklären, es mir, setze für das Wort Deutsch türkisch. Und dann muss ich jetzt machen, was ist das für ein Chat? Aber die ganzen Chats sind in dir drin. Jetzt kommt dieses Galila. Das heißt Kreis und Bezirk, Zürr ist der Dreh- und Angelpunkt übrigens. In deinem Dreh- und Angelpunkt. Genau. Be, Zürr, in deinem Dreh- und Angelpunkt. Das bist du in der Mitte. Das ist das Zentrum in Wir, BL, Wir in Gott. Wirbel. Sturm, Stur heißt, wild um mich herum und widerlegt. Ein Einrollen, eine E, Ex, Volvere, Re, Volvere. Eine Evolution im ewigen Hier und Jetzt. Evolution und Revolution. Da können wir jetzt hier weitergehen. Moses beginnt mit, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Das ist die zehn Gebote. Das heißt wörtlich, du sollst nicht jedem materialistischen Schwachsinn oder religiösen Schwachsinn geistlos nachplappern. Du sollst deine Hand nicht dem Unschuldigen reichen und als falscher Zeuge aufzutreten. Du sollst nicht geistlos die Lügen deiner weltlichen Lehre rezidieren. Du sollst nicht die Menge zum Bösen folgen. Du sollst bei den Rechtsstreiten nicht antworten, indem du dich nach den geistlosen Mehrheit richtest und das so das göttliche Recht beugst. Auch den Geringsten sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Mose 23, im Anfang ist mein Erstgeborener deines Ackers. Wirklich, Erstgeborener. Ich bin der Erste. Mein Erstgeborener. In meinem Schmelzofen. Der Mensch, raumzeitlich, es ist Bedrückung, Unheilverdaten. Du sollst bringen in das Haus JHBH. Deine Beschwörungen. Wörtlich, deine, Bezug auf Männer, Plural LH. Beschwörungen und Flüche. Müsste ich jetzt Beförderungen und Flüche schreiben, weil das nicht heißt. Nicht sollst du kochen, Schwellen sieden, brodelndes Wasser auf der Oberfläche. Ich mache mich jetzt heiß unter deinem Hintern. Zicklein in die Milch deiner Mutter. Geht. So, beachte. Gedi wird in allen Übersetzungen mit Ziegenbock und Böckchen oder Geistreicher mit Zicklein. Z-I-Koll-Ein. Alles. Wüsste ich jetzt mit euch schon, ob es nicht existiert. Elef. Übersetzt. Z-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Was wichtig ist, hier kommt eine eindeutige Fehlübersetzung. Der Wächter hüte Beobachter von seiner Oberfläche. Benni heißt auch Oberfläche. Mein Aspekt ist immer nur ein Aspekt. Du siehst den Wellenberg oder das Wellendor. Weil das jetzt erst einmal Aspekt, tausendfach habe ich das erklärt. Benn heißt erst einmal Aspekt. Aspekulum heißt eine Spiegelung. SB heißt eine Schwelle. Und die Schwelle, Wellenberg und Wellendor ist eigentlich eine Ecke. Da sind wir oft drauf eingegangen. Darum heißt es auch eine Ecke. Ich erinnere wieder an hier, an unser schönes Lied. Ich muss eins zurück. Kleinen Moment. Dass du mal merkst, wie tief das ist. Ich baue jetzt immer auf die vorhergehenden Selbstgespräche auf. Ach, der Surfer ist so langsam, hast du schon gesagt. Ja, genau, heute Morgen. Dann soll es nicht sein. Das ist das bayerische Lied, was ich sage. Ja, ah ja. Das Zahnradl. Ich erinnere mich an das bayerische Lied. Wo haben wir ihn jetzt? Jetzt muss ich da wieder... Da wollen wir... Das heißt, da zu Benni, das ist der Aspekt, die Ecke. Das wird jetzt erklärt. Und Bennim, das sind die Ecken in dem Meer. Das ist jetzt die Mehrzahl. Das ist jetzt erst mal das Pannim ausgelesen, das G-Sicht. Die E-Quadrat-Sicht, die geistige Sicht. Und die ist zwangsläufig in deinem Inneren. Darum heißt das auch das Innere. Dann wird das Pannim ausgesprochen. Das P, das E ist dann E-Quadrat. Das E-Quadrat, die Weisheit von E-Quadrat ist in deinem Inneren. Pannim ausgesprochen. Ja, nur Konsonanten. Pannim ausgesprochen ist, durchschöpfe es die geistige Sicht. Wir können das Blau auch machen. Aber Benni einzeln. Das ist Benni, das ist der Aspekt, die Ecke. Dann heißt es meine Ecke, wo ich mich verstecke. Es ist die Ecke. Das war meistens die Vorderseite auf der Oberfläche. Das ist das, wenn du in dein Gesichtswelt reinschaust, fokussierst du dich in eine Spiegelfacette rein. Das ist Physik. Göttliche Physik. Da haben wir ihn. Da kommt jetzt hier E, J, ist der zehnte Buchstabe im Alphabet, bin mir die, das ist der neunte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Entschuldigung, in unserem Alphabet. Das ist J, ist der Neo. Ich, J, C, H, bin mit dir Neo, der absolute Mittelpunkt. Das ist E-Quadrat. Eines göttlichen Getriebes. Drei heißt meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmungen. Das ist jetzt, denk über Spiegel, Hüben, Spiegel, Trieben, Klatsch, die Z-Achse. Und ich, Brösel, bin wie du, Brösel, nur ein Sordel, das sich drin, das sie darin generiert, intellektuelles Sein. Und da kommen dann diese Stellen, wie es aus allen Ecken planen. Habe ich im letzten Selbstgespräch nochmal rausgeholt. Benni ist die Oberfläche. Ganz klar übersetzt, in jedem Wörterbuch wirst du das finden. Und höre ihn und auf seine Stimme Gottes. Ich sage, hör ganz genau zu, es geht ja nicht um ein Brösel, Udo oder was. Es dreht sich alles um dich, Geist. Und dann kommen die folgenden Worte in der Einheitsübersetzung, in der Elberfelder, und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben. Die sind falsch übersetzt. Auch dieses Hüte dich vor ihm, eindeutig falsch übersetzt. Da heißt jetzt nämlich, geistreich gelesen, der Wächter, Hüter, Beobachter von seiner Oberfläche. Ja, absolut. Und dieses, und höre ihn auf seine Stimme, da heißt es ebenfalls im Original, du wirst bitter, unheilvoll, verzweifelt in ihm werden. Du bist jetzt nämlich in mir, weil ich dich ausdenke. Auch dich geistesvoll. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du meine Gebote bringst. Wenn ihr euch nicht erhebt von euren Sünden, Ausschreitungen, Verbrechen, weil mein Name dort Wort ist in seinem Inneren. Und dann kurz zu diesem, ich bin die vollkommene Liebe. Ich habe gesagt, dass ich alle Schuld auf mich nehme. Somit kann und muss ich so niemandem etwas vergeben. Ich muss deinen träumenden Geist, den ich erschaffe, doch nicht vergeben, dass er das träumt, was er träumt. Und du solltest Menschen, die du dir ausdenkst, vergeben, dass sie so sind, wie sie von dir ausgedacht werden. Ist das so schwer? Auch, dass mir ein Mensch gar nichts andern kann, kann mir ein Gedanke was andern? Da haben wir übrigens zwei Seiten. Irgendwie, wenn ich immer bin, wenn ich das Meer bin, reißt er mich an der Oberfläche in Stücke. Aber tut mir das weh oder ist das mein Leben? Leben. So wenig wie mir, UB 86, LHA, meine Welt etwas andern können. Wir können, ich bin immer, meine Welt doch überhaupt nichts andern. Sie sind mein Leben. Ich UB setze jeden meiner Geistesfunk auf den Richterstuhl und die Anklagebank und verstrecke in ihrem Traum ihre eigenen Richtersprüche an ihnen selbst. Und zwar so lange, bis sie damit aufhören, immer nur einseitige Urteile zu sprechen. Impfen ist richtig, nicht impfen ist richtig. Katholik sind richtig, Zeuge Jehovas sind verkehrt, Moslems sind sowieso verkehrt. Nein, die Buddhisten sind richtig. CDU ist richtig. Nein, die SPD. Nein, die Grünen sind richtig. Das ist, das ist, das ist. Und sie haben gelernt und sie gelernt haben, zum Sohn werden. Was wirklich lieben und Demut, wie ich sie vorliebe, bedeutet. Seit Jahrtausenden, in unterschiedlichsten Formen. Jeder meiner Geistesfunk darf und kann selbst bestimmen, was er ist oder glaubt. Ein demütiger Engel, das heißt ein Geist von meinem göttlichen Geist, ein Geistesfunk im Himmel, das Meer von Gott. Oder ein sterblicher Mensch nach seiner geistlos bestimmenden Definition, die er geistlos nachäfft, im wahrsten Sinne des Wortes. Der in einem von ihm selbst erschaffenen, kapitalistischen Dschungel Tag für Tag ums Überleben kämpfen muss und sich in den Kopf zerbricht, lasse ich mich jetzt impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Bis zum eigenen, selbst postulierten, bitteren Ende in einer angeblichen Zukunft. Das war da mit drin, hast du das genauer angeschaut, wenn du jetzt das vorhin gehende Selbstgespräch angeklickt hast? Doch wenn du willig auf seine Stimme in dir hörst, das sind Ohren, Barungen, und alles tust, was ich obie sage, dann werde ich obie der Feind deiner Feinde sein und der Bedränger deiner Bedränger. Und die Bedränger bedrängen. Und jetzt kommt es so eine schöne Sache, das ist, wenn du über den Jordan gegangen bist, denn mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, zu den Schwätzern, zu den Hettitern, das sind, wo es dann heißt, wenn du da drüber kommst, rottet es erst einmal diese Felger aus. Ja. Dann heißt es, der Javi ist ja so grausam, wenn er sagt, du musst diese Felger vernichten. Die Amoriter sind die Schwätzer, die Hettitern, das ist das hebräische Wort, wenn du das anschaust, das sind die in Schrecken versetzten. Die in Schrecken versetzten. Die Börse, das sind die Dorfflecken, in generierten Facettenlichtern Ecken wohnen. Die Kana, deren Basis die Armut ist, die Heviditer Erlebnisse haben, denn die eigentlich gar keine Erlebnisse haben, und die Jebusiter zertreten sich Wälzenden. Und die IUP werde sie ausdrücken, die Schwätzer. Aber jetzt musst du wissen, ich bin du, du musst es selber machen, indem du die einfach nicht mehr denkst. Es gibt keine armen Menschen. Die existieren. Der widerspricht sich ja schon wieder. Es gibt keine Schwätzer, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt ist zu jedem dummen Kopf Schwätzer gehört dann wieder ein Gescheiter, der wo was Weises sagt. Und die musst du gegeneinander aufwiegen. Und dann kommst du ins Nichts. Der unendlich gescheite Udo, den du dir jetzt vielleicht ausdenkst, und zwangsläufig dein Ich, wo du sagst, ich habe ja keine Ahnung, kann man anders machen. Dieser absolute Denunziant und Schwätzer und du gescheiter Mensch, der ja das viel besser weiß wie dieser Udo. Magst du sinnvoll sein? Die wiegen wir jetzt gegeneinander auf, gleichgültig, ob du sagst, der Udo ist ja so gescheit und weise, der hat ja schon alles verstanden, ich weiß ja überhaupt nichts. Die wiegen wir gegeneinander auf, oder wir drehen das um. Ich habe die totale Ahnung, was ist der Udo für ein Idiot, was schwätzt der denn alles daher, der war ja nie auf einer Universität. Ich habe ja zwei Doktortitel. Die wiegen wir gegeneinander auf, das sind die vier Seiten, die man jetzt in einem Punkt zusammenfluten lässt. Das ist Weisheit. Ich bin der Meister allers Meisters. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Das sind nämlich alles Gedanken in dir selbst. Du solltest dich vor ihre Beschwörungen fliegen, Göttern nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen. Weder den einen noch den anderen. Nochmal, der Meister aller Meister spielt als Dingern sich keine Rolle. Er ist wie ich dick im Mittelpunkt. Das, was die Rollen spielt, sind vergängliche Existenzen. Das ist der Udo genauso wie du selbst. Wie jeder Papst, wie jeder Politiker. Das sind Gedanken, die weg sind, wenn du sie nicht denkst. Auch die ganzen Schwätze und alles andere. Und du solltest nicht nach ihren Daten tun. Du bist weder einer, der zum Impfzentrum rennt, noch einer, der sich dagegen wehrt, da hinzugehen. Du bist der, der sich das ausdenkt. Das sind Existenzen. Sondern du sollst die ganz und gar niederreißen und ihre Gedanken steuern, ihre Glaubensdogen für dich zertrümmern. Das ist Sodom und Gomorra. Und erst, wenn man diesen Arbeitsspeichern mit diesem Wahnsinn leer gemacht hat, spiele ich dir ein vollkommen neues Programm ein. Da musst du dich einfach überraschen lassen. Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott dienen, so wird er dein Brot im Adam und dein Wasser segnen. Das Rote deinen eigenen Geist. Und die UB werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. 26. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Keine Logik, die irgendetwas ausgebiert, wird jetzt nicht mehr wichtig sein. Egal, welche Logik irgendwas aufschmeißen, sind Facetten vom heiligen Ganzen. Genau. Wenn ich UB das Buch der Erzählungen deiner Tage voll machen werde. Und das habe ich mit den Anforderungen gemacht. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Topper. Immer dieselbe Geschichte in tausenden von Variationen. Das muss dir ja mal gesagt werden. Genau. Wann beginnst du zu verstehen? Wer es niemals verstehen würde, ist irgendein Mensch, ein Affe, den du dir ausdenkst. Das heißt, solange du noch irgendwas dich selber, deinen eigenen Körper, du kriegst das erste Gebot, irgendwas festhalten willst, wirst du den Film bis in alle Ewigkeit wiederholen wie eine Nachtwache in der Wache. Ich sage, wir tausend Jahre sind wie ein Dach. Das ist ein Schlaf. Ein unendlicher Schlaf, der sich in die Ewigkeit zieht im ewigen Heute. Du musst nichts tun. Schau einfach, das erste, was ich nötig brauche von dir, hör auf, Angst zu haben. Hör auf, Angst zu haben vor deinen Gedanken. Wenn du der Schauspieler bist oder ich mag es einfacher, du schaust dir einen Film an. Es ist ein scheißgeiler Film, der zurzeit läuft. Alterum sage ich, ich hoffe nicht, dass die Corona-Scheiße irgendwann nochmal wieder vergessen wird und es da außen normal weitergeht. Mit dem Kommen und Gehen von auf die Arbeit rennen und dann irgendwie alt werden und dann auf der Wunder hoffen, dass dich der Tod erlöst. Wenn du dich mal auflöst und dann komme ich in den Himmel. Ich bin ja eine Seele. Die Seele ist die, die du jetzt denkst, ist genauso was ausgedacht ist wie... Vergegnung. Es wird morgen nichts passieren. Begreife ich, stille stehen wird die Zeit und erst die Himmel und die erste Erde werden vergehen, die du bisher ausgedacht hast. Und das Meer wird nicht mehr sein. Und der, der mit einem Bein im Meer und mit dem anderen auf dem Land steht, klar in die, der Menschen so macht alles vollkommen hin. Ich halte meine Versicherung, meine Versprechen, auch wieder zwei Seiten. Das machen die Politiker auch, die machen das aber blau. Keine Schützuweisung. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du den wahrenmerkst? Die Menschen, die rumgeheben, jetzt schreiben die zum Impfen. Die Pfarrer, die Bischöfe, die sagen, ihr Wahnsinnigen, lasst euch impfen. Gott wird euch nicht helfen, wenn ihr euch diesen Virus einfangen. Die spucken doch ihren Gott, den sie hier Milliarden und Haubermilliarden jetzt wieder die scheinheitliche Geldmacht machen, sich bezahlen lassen von den Steuerzahlen ins Gesicht. Erbärmlichkeit. Und jetzt zum Abschluss, schau ganz tief in dich rein, mach dir bewusst, was du im Tiefsten innen glaubst. Es ist nicht dein Glaube, das ist dein Programm. Und besinn dich eines Geistreicheren. Das ist so. Das war zum Sohntag, zum ewigen Sohntag. Zum Hayom. Du wirst jetzt auch merken, du bist im Umbruch. Ich verweise auf den Weißenbruch-Vortrag, den großen Weißenbruch-Vortrag, wo ich am Ende in den letzten Tagen auf eine ganz eignotige Gestirnskonstellation hinweist. Da kann man ja mal reinspringen, keine Zufälle. Die hast du jetzt wieder. Geh in Astrologiebücher rein und nicht, dass da außen was ist. Das Ätherische dreht sich nicht um dich herum, das ist inwendig in dir, das ist eigentlich Struktur des Programms. Dann wirst du feststellen, dass jetzt dieses ab 4. Dezember geht es bis ins nächste Jahr hinein. Eine extreme Verwandlung ist. Aber nur für die, die sich öffnen für etwas vollkommen Neues, die es zulassen, dass sie ihr Programm austauscht. Und die, die noch Angst haben oder zweifeln, die dürfen noch da bleiben. Da passiert das, was immer passiert. Es wird irgendwann keiner mehr von Corona reden, aber es wird sich zuspitzen. Die Inflation steigt. Du kriegst dein Sodom und Gomorra so und so. Und du kannst dir jetzt nur wieder bewusst machen, habe ich Angst, fürchte ich mich vor was. Du fürchtest dich nach wie vor vor deinen eigenen Gedanken, vor deinen eigenen Hochrechnungen, die du mit einem vollkommen fehlerhaften Programm tätigst. Absolut. Das ist das, was es ab. So, das lass mal gut sein. Hör auf, die in die Hunde zu scheißen, verdammt nochmal. Alles ist gut. Stinkt schon wieder. Ich werde nie zulassen, dass dir was passiert. Du müsstest mir nur vertrauen. Ich werde nie zulassen, dass dir was passiert. Was ich aber dir hundertprozentig sicher verspreche, es wird nichts auf Dauer am Leben erhalten bleiben, was du dir jetzt ausdenkst. Auch nicht der Körper, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Was so ein simples Beispiel schon ist, wo man Bewusstsein ist, dass man doch klar machen muss, ich bin doch auch dann da, wenn ich nicht an meinen Körper denke. Es ist doch so offensichtlich, aber nur für einen Geist. Und jeder, dem du das jetzt erzählst, eine Existenz in deinem Kopf, ein Andergrund, muss der sich massiv dagegen wehren. Du wirst erkennen, deine größten Feinde sind deine Hausgenossen. Um dich herum. Und einer, der jetzt auch auf der Brösel-Ebene sagt, hier, wenn du jetzt den Redo anschaust und den Brösel-Udo anschaust, Udo erzählt was und Redo hört zu. Ist jetzt erst einmal ein einziges Bild, ein einziges Kind. Im Kind, in dir, in dem Gotteskind rot gelesen, sind die eins. dann wirst du feststellen, dass Redo jetzt nicht sagt, was erzählst du für ein Blödsinn. Wenn der Udo was erzählt, die ganze Zeit spricht er eh bloß ein Lautsprecher, egal ob du jetzt den Redo oder den Udo zu hören glaubst, du hörst die ganze Zeit bloß ein Lautsprecher. Das ist hollow feeling. Wir reden von dem, was ist jetzt da. Und da wird die Welt zu klein, die wird zu friedlich. Die wird das spannende, der Film, wo du sagst, bin gespannt, was der alte Gangster sich da oben einfallen lassen hat, wie die ganze Situation sich auflösen wird. Das sind diese schönen Filme, die ich dir einspiele, im Auftrag des Teufels. Dieser Gott da oben. Ich, sagt Mephisto, ich nenne ihn nochmal Mephisto, ich habe doch all eure Wünsche, all eure Sehnsüchte genährt in euch. Was hat er da oben gemacht? Er schätzt sich doch an Dreck drum, was ihr wollt. Ihr kriegt doch alles letztendlich von mir. Aber nicht nur das Positive, sondern auch die Ängste. Die Einseitigkeit. Das ist das Spiel. So, gut sein und tschüss. Gut. Danke.